Hallo, mein Name ist Sean Weid. Ich bin 23 Jahre alt und mein Gebirgstag ist September 3. Ich bin mittelgroßer und ich habe den langsten roten Haaren. Ich bin so seit die größte Schnurrbote in der Welt. Ich habe neun auf an der Vollgärten Goldmedaillen wie den Winter X Games gewonnen. Ich war der ernsten Leech-Athlet, vollständige Rücken-an-Rücken-Doppel-Kork-Flips. Und ich bin auf dem USA Olympischen Schnurrboteam dieses Jahr der Olympischen Winterspiele. Meine Freunde sollten lieber es zu Riesen und Party. Sie müssen auch schoner Bähne und lieber schnurrboten. Wenn du eine gute Freundin, isch ihnen mit Geschenken dusche. Ich hoffe, sie machen die richtige Wahl. Danke.